Das ist Herr Meier. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens und weiß, dass sein Unternehmen bei seinen Gemeinkosten Einsparpotenzial hat. Ihm fehlen allerdings die Zeit und die nötige Manpower, um die Kosten genauer zu untersuchen und zu optimieren. Das ist schade, denn Herr Meier erweitert gerade sein Unternehmen und würde freie Mittel gerne in sein Wachstum investieren. Die Lösung? Expense Reduction Analysts. Herr Ludwig ist Berater bei Expense Reduction Analysts und besucht ihn wenige Tage später in seinem Unternehmen, um ihm zu erklären, wie Expense Reduction Analysts Herrn Meier beim Thema Kostenreduktion unterstützen kann. Analysiert und gesenkt werden vor allem die gemein- bzw. nicht-strategischen Kosten wie Telekommunikationskosten, Energiekosten, Logistikkosten oder Druck- bzw. Marketingkosten. Die Kernkompetenzen von Herrn Meiers Unternehmen oder langjährige Geschäftsbeziehungen werden nicht angetastet. Herr Meier erfährt, wie das Projekt ablaufen wird. Als erstes stellt Herr Ludwig ein individuelles Projektteam für Herrn Meier zusammen. Dabei kann er auf mehr als 750 Analysten weltweit und über 100 Experten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurückgreifen, die in ihren Kostenkategorien spezialisiert sind. Alle Experten haben langjährige Berufserfahrung in ihrem Feld und kennen die Lieferantenmärkte und aktuellen Preise aus dem FF. Das Projektteam überprüft in einer umfangreichen Analyse den Ist-Zustand von Herrn Meiers Ausgaben. In Schritt 2 findet das Team passende günstigere Angebote zu den jeweiligen Kostenbereichen und schlägt Herrn Meier die günstigeren Optionen vor. Und das bei gleicher oder besserer Qualität. Zum Beispiel versendet Herr Meiers Firma viele zeitkritische Pakete mit Paketdiensten. Das Projektteam sucht und findet Lösungen, mit der die Firma von Herrn Meier weiterhin pünktlich liefert. Allerdings zu günstigeren Preisen, da das Team um Herrn Ludwig die möglichen Lieferanten passgenau auf Herrn Meiers Firma abgestimmt hat. In der letzten Phase setzt Expense Reduction Analysts die von Herrn Meier ausgewählten Optionen um und kontrolliert deren Umsetzung über mindestens 24 Monate. So wird sichergestellt, dass die errechneten Einsparungen auch realisiert werden. Herr Meier musste für den gesamten Prozess nur wenige Stunden Arbeitszeit aufwenden, da das Projektteam überwiegend selbstständig arbeitet. Insgesamt spart Herr Meiers Unternehmen jetzt einen zweistelligen Prozentbetrag bei den Gemeinkosten ein. Die gewonnenen Einsparungen teilt sich Herr Meier mit Expense Reduction Analysts über 24 Monate. So hat Herr Meier völlig risikolos und ohne viel Aufwand die Kosten gesenkt. Denn Expense Reduction Analysts wird auf Basis der tatsächlich realisierten Einsparungen bezahlt. Hätten Herr Ludwig und sein Team keine Einsparungen gefunden und realisiert, hätte Herr Meier auch nichts bezahlen müssen. Herr Meier ist begeistert. Durch die Einsparungen steht am Ende des Jahres ein höherer Gewinn, den er in das Wachstum seiner Firma investieren kann. Expense Reduction Analysts Find extra profit Werden Sie ein höherer Gewinn, den er in das wird. Vielen Dank.